das ist erfolg fünfte seite sailor ahoy so wie die beiden sich auf das essen stürzten so stürzte sich die sensationsheißhungrige menschenmenge die hier in atlantic city in modischer langeweile ihre tage verbrachte auf den wagen als sei er ein neuzeitliches wunder aus tausend und einer nacht drüben auf dem who round place war aus verbotener richtung und ohne lichtsignal ein flugzeug niedergegangen zwei gestalten in aeroausrüstung vermummt waren ihm entsprungen doch keiner hatte sich darum gekümmert nach einer weile horchten frank und florian aus ihrer eifrigen beschäftigung auf sie hörten eine stimme die sich deutlich und klar aus dem tumult heraus der ihren wagen umgab vernehmen ließ die beiden schmausenden sahen sich erstaunt an war das nicht die stimme des dicken tramp aus chicago des heruntergekommenen millionärs mr sam brankwins ja das war sie frank und florians kinnbacken standen still sie hörten wie entsteht eine sensation wie wird eine normale begebenheit zu einer außergewöhnlichen wir zeigen ihnen daß meine herrschaften nun nicht in gips oder wachs auch nicht auf der bühne zwischen dunklen kulissen oder sofitten oder in einem trickfilm streifen sondern zeigen es frei bei billionenfach kerziger sonnenbeleuchtung auf einmal hieß es von allen seiten police motor patrol of chicago polizei frank und florian wußten was sie auf der strecke cleveland für unheil angerichtet hatten sie sprangen auf drängten alles beiseite und warfen sich kopfüber in ihren wagen ohne zu wissen woher er steuerte geriet frank auf einen endlosen pier der weit ins meer hinein ragte als dieser zu ende war sahen sich die beiden flüchtigen von drei seiten von der hohen see umgeben zu allem unglück platzte ein vorderreif schnell wurde ein richtiger verband angelegt und frank begann heftig zu pumpen es schritt jemand auf dem pier heran frank pumpte wie wahnsinnig dieser jemand stand ihm plötzlich gegenüber frank staunte in einem von einem gelben flieger hellen umrahmtes gesicht es war mr sam brankwin in seiner fassungslosigkeit merkte frank nicht daß unter dem druck seiner pumpe der gummi reif wie ein hefekuchen aufging er konnte kaum noch über ihn hinweg sehen doch was war das der gegenüberliegende vorderreif vergrößerte sich gleichfalls also auch mr brankwin pumpte jetzt erst verstand frank als alle vier pneumas den gleichen ballonartigen umfang angenommen hatten war der wagen mit seinen kreisrunden luftkissen seefertig nun lenkte frank den wagen geradewegs ins wasser es war höchste zeit schon ratterten einige motorräder mit uniformierten den pier entlang aber frank und florian waren längst von ihren verfolgern in sicherheit sie schaukelten auf ihrem famosen fahrzeug draußen auf dem meere und waren zwischen den glitzernden wellen bald nicht mehr zu sehen noch nie hatte frank und florian das herz vor freudiger erregung höher geschlagen als hier draußen in der befreienden luft des wassers alles was sie erlebt hatten lag in einer düsteren wolke hinter ihnen beide schauten noch einmal zurück nach atlantic city florian sagte plötzlich frank es ist eigentlich schade daß der dicke tramp unser millionär nicht bei uns ist kaum hatte er es ausgesprochen da erscholl gleich einem brausenden wind über der see mr sam brankwins stimme sailor ahoy